don't kill the bombsquad was ich dachte nicht töten okay das kann man es schon ich darf die nicht töten wird doch schon etwas schwierig werden vor allen dingen wenn da keine ahnung wie viele was war denn das ich darf jetzt nur die leutchen töten die da nun stehen haben oder was sagt die grüne das wird hart Ah, die, hä? Jetzt sieht die Mura hier ein bisschen anders aus. Hm. Okay. Oh. So, wenn ich den wieder töte, dann glaube ich auch. Wenn wir im Gelände, hörst du gar nicht. Also ich sag nur die, die komischen Typen hier nicht töten oder was. Was soll ich mit denen machen? Soll ich die Läden fangen? Raus aus Numeray! Danke, ihr Blüden! Okay. Okay. Gut. Dann weiß ich jetzt, was ich machen muss. Also dann eigentlich dreimal zuschlagen und dann ist auch gut. Da bist du. Ey, das war ein Kopfschuss hier. Das lebt's nur noch. Und nochmal. Flupp. Fluppdi-flupp. Ist das eine Explodionsscherbe? Ja. Jawoll. Ja, diese Effekte finde ich dann wiederum auch gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist ja noch so ein Freak. Haptisch. Haptisch. Nichts! Auch hier! Wie kann sie denn jetzt nicht schieben? Und die können ja nicht schießen. Zzzz! 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 Achtung! Was war das? Wir haben ihn, Jungs! Wude-Mama Und jetzt muss ich wieder zu dieser Wude-Frau zurück Das ist eigentlich nur eine Nebenmission von irgendeinem... Ja, von Sucker Punch selber irgendwie... Entwickelt, ne? Aber... Ne, ist es ja, muss ich ja mal sagen Sofern man das alles versteht, was da geschrieben gesagt wird, oder wie auch immer Hm Wuh-Mama Ups Mami Hier kommt der... der Wetter Mit dem Halbleiter Oder mit dem... Amp, irgendwie das heißt Ich bin da, und du? Hallo? Ja, weh mit mir! Wir reden jetzt wieder nicht mit mir Wack die Mini mehr! Wir haben ja nicht wieder ein Fehler spielt hier! Ich muss ja mal drücken... Ich hab doch alles, Mensch! Das ist jetzt schon wieder... Ärgerlich! Jetzt haben wir die Mission hier erledigt... Und was kommt? Nix! Gut! Würde ich sagen, ähm... Lassen wir es einfach... Und werden die Mission so... Wir haben sie ja eigentlich, äh... Wie ihr seht... Haben wir sie... Haben wir sie... Richtig gemacht! Wir haben alles, was sie wollte! Aber ich... Will nicht! So, deshalb... Mission abbrechen! Und weiter zur Hauptmission! Also das mit den, ähm... Selbst editierten... Generierten Missionen... Finde ich ja eigentlich ziemlich witzig! Nur dann sollten sie auch bitte funktionieren! Na, also, ähm... Gut! Und wahrscheinlich werden ganz viele... Ganz, ganz viele in Englisch sein! Auch nicht schlecht! Na! Sofern man wirklich das alles versteht, was er beschrieben hat! Das ist... Guck mal, hier... Das ist zu sehr später! Ah! Ja! Ich hab' kein Bühlen... Schackgadulu! Schackgadulu! Ich komm' auch... Wo bist du? Ach... Da hinten... Im Zaun... Im Zaun! Da hinten... Im Zaun! Wo bist du? Ach... vorliegen ja kommt was haben wir über bord Missionsstart diese Schweine entladen neuen Nachschub vielleicht sollten sie ihnen etwas helfen sie wüssten schon wie natürlich ich weiß wie das wird es einmal nicht einzäunen lassen Trophäe verdient aber wenn wir bei dem Mann oder nicht vertreten Ja, ihr lebt nur, ob ich mal ruhig hier Was? Noch einer? Wo kommst du denn her? Herr mit deiner Energie, du Kassel Wie sehen die Vorwälte überhaupt aus? Nee Nö, würde ich sagen, habe ich die ja schon alle von dem Schiff, oder? Schön hochklettern, oh ja Ach so, die Kisten Sind schon 203, wo sind die denn? Also auf dem Schiff sehe ich eigentlich keine mehr Ich würde es euch ja gerne vorlegen, nur gerade Muss ich hier ein bisschen was erledigen Seid ihr sauer? Was? Mühe, doch egal Wow, das war aber knapp Und dann ist das Ein alter Zitronmittel, der Lektum, den Herr mehr immer immer so weit man die Familie von mir oder ihr verletzt ja auch die Klinik viel auf jeden Fall schon mal eine Mission D schweifen und stand wie die die ich bin sehr wichtig sie aus dem den die 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 vielleicht die 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 mit dem ich antworten können haben wir ja die Spitze da oben selbst die Wand hochklettern und den Spiel mal so ein Brieftäubchen, Moment, ich kriege noch. Nein! Ups, Entschuldigung. Ja cool, den nimmst schon. Audio mit Schnitt von Joseph Betrappt. Datei A435. Die neue Anlage, die Sie unter der Garage bauen, ist einfach überwältigend. Mein Kompliment, Doktor. Unsere Technologie ist im Rest der Welt 100 Jahre voraus. Nicht so bescheiden. Als ich zu den Erstgeborenen kam, sagten sie mir, dass sie schon vor 100 Jahren Technologie hatten. Das hört sich rückschrittlich an. Als ich den Ort sah, dachte ich, mich hätte ein UFO entführt. Das war nicht meine Absicht. Das waren nur Höhlen. Ich kannte mich da aus, hab als Kind drin gespielt. Sie waren Teil eines Eisenbahntunnels. Fluchtweg für entflohene Sklaven. Dann kam die Prohibition und Whisky anstatt der Sklaven. Jetzt, jetzt schmuggeln wir die Zukunft ein. Das ist alles ein bisschen verwirrend für mich, was die da alles von sich geben. Schade, ich dachte, das wäre so eine richtige alte Lampe. So eine Röhrenlampe, die man auch vielleicht beim Arzt oder irgendwo in einer U-Bahn-Station hört. Größer. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ich weiß echt nicht, was du gegen ihn hast. Warte mal, ja. Sie wollen eine wehrlose Frau. Warum? Ich werde die alle vertreiben. Alle, die hier zu hören, müssen sterben. Traummann. Ja, es tut so weh. Ja, es tut so weh. Ja, es tut so weh. So sieh. Und ich bin jetzt glücklich. Mir sagst du, ich soll nach Freunden Ausschau halten, aber sagst du mir dann im Gegenzug, ich soll einen Trommler töten. Also, Quatsch. So, nächste Nebenmission, Überladung. Das hier ist ein Elektronikgenie. Er wollte nicht für die Miliz arbeiten, weshalb sie ihm den Saft abdrehen. Komm, wir helfen. Ja, das hier. Ich dachte, der hat vielleicht ein Foto für mich. So, wenn mein Handy da geschickt. Nee, nix zu haben. Das hier ist einer, ne. Einfach so. Ah, okay. Was soll ich tun? Ich habe die Verteilerstation manipuliert, um die eine massive Ladung zu geben. Eine Überladung. Schaffe es bis zum Generator, solange dies der Fall ist, und brutzle diese Saboteure von der Miliz. Du verlierst die Ladung, wenn du den Boden berührst, also bleib an den Stromleitungen dran. Davon gibt es hier genug. Allerdings. Allerdings. What? Heiliger Blumenbaum. Die Überladung ist ja jetzt schon durch die Spiele. So, Leute. Guter bei die Fische. Hoah. Ohne One. Ich war doch nie auf dem Boden. Ich war doch nie auf dem Boden. Ich war doch nicht vor dem Boden. Ich war doch nie auf dem Boden, nicht so. Wooooah. Hier oben 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 hoch. Nr die diese Satelliten Mission in der Slam Low 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 South bis in Amor sechs Minuten bis zum nächsten Upgrade Ehe ich lande einfach nur um den Generatoren das war jetzt mal was anderes da ist und der nächste Energiesplitter liebe Leute und dahin hab ich noch einen gesehen und yes we have das war jetzt